Hallo Felix. Wie kamst du auf die Idee, dass Kinder Bäume auf der Welt pflanzen können? Wir haben vor zwölf Jahren angefangen. Damals sollte ich nämlich mal ein Referat in meiner Klasse über die Klimakrise halten, also in der vierten Klasse. Und als ich das vorbereitet habe, habe ich von einer ganz fantastischen Frau, Wangari Matai, erfahren aus Kenia, die dort mit ganz vielen anderen Frauen zusammen in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat. Da habe ich gedacht, dann können wir Kinder und Jugendliche doch auch Bäume pflanzen. Und habe dann meiner Klasse gesagt, wir sollten eigentlich in jedem Land der Welt eine Million Bäume pflanzen. Aber ganz viele meiner Klasse fanden die Idee gut und so haben wir einfach zwei Monate später unseren ersten Baum gepflanzt. Und dann haben zwei Lokaljournalisten darüber berichtet und so haben ein paar andere Schulen davon erfahren und die haben auch Bäume gepflanzt. Und so hat sich Plan for the Planet am Anfang ganz langsam verbreitet. Und dann haben wir einen etwas älteren Schüler kennengelernt, der für uns eine ganz einfache Webseite gebastelt hat. Und diese Webseite war so eine Art Rangliste zwischen lokalen Schulen, wer am meisten Bäume gepflanzt hat. Und so wollten ganz viele Schulen ihre Nachbarschulen übertrumpfen und mehr Bäume pflanzen. Und so hat sich dann Plan for the Planet ganz schnell verbreitet. Nach einem Jahr hatten wir 50.000 Bäume, nach drei Jahren eine Million. Und so sind dann auch Kinder und Jugendliche in anderen Ländern auf uns aufmerksam geworden und haben auch in den Ländern angefangen Bäume zu pflanzen. Wie kamst du zu Donner und Reuschel und was hast du mit der Bank zu tun? Donner und Reuschel spendet ganz oft Bäume für ihre Kunden und dann pflanzen wir mit Donner und Reuschel zusammen diese Bäume in Mexiko. Das ist dort auf der Yucatan-Halbinsel und dort haben wir ganz viele Mitarbeiter, die jeden Tag Bäume pflanzen und eben im Durchschnitt alle 15 Sekunden einen neuen Baum. Danke für das spannende Interview, war ein nettes Gespräch. Gerne.